Willkommen zurück, liebe Leute, zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir wollen erstmal einen Wissensbaum, denn wir haben hier 71 Punkte. Und können hier ausweichen, ähm... Wollte ich denn? Mh... Wollte ich, glaub ich, haben, ne? Ja. War das wahrscheinlich auch nicht schlecht? Ne, das war's nicht. Was? Beim Schadenswert kurzzeitig die Abwehr. Bring jetzt Schaden durch Feuerböden. In diese Bodensachen. Ne, ich wollte darauf hinaus, ne? Da oben, da, das da. 150. Viel, fehlt mir also nicht mehr. Aber egal. Wir wollten jetzt gegen Bowser Jr. antreten. Und das sollten wir jetzt auch machen. Feier- und Explosionsabwehr. Autoheilung, danke. Wir werden den Kampf und Popeye den Gegner. Bowser Jr. Na, komm. Und tschüss. Oh, das ist eine Banane. Bowser Jr. kämpft nur mit. Das sind wieder... Zehn Stück, das ist auch in Ordnung. Zehn Lernjuwelen. Dann fehlen uns jetzt nur noch... 70. Oh, und der Weg ist auch frei. Das ist doch schön. Halt, falsche Richtung. Der dunkle Kaiser und... Pottitudo. Wir nehmen den dunklen Kaiser. Oh, Ridley auch noch. Ha, Changi. Ja, dann nehmen wir ihn. Weil... Ziehangriffe sind hoch. Ich hab zwar keine Ziehangriffe, aber... Ach, er ist auch noch groß. Oh, super. Und hat auch noch eine super Rüstung. Na, komm. Nein. Nein. Ich wollte grad den Smash einsetzen. Er hat gesessen, der Smash. Ich hab die ganze Zeit B gedrückt. Ich stand nur und hab B gedrückt. Und er hat... Ah. Grr. Ah. Bereit? Los! Wow. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, danke, dass es mich gehalten hat. So. Und tschüss. Das war knapp. Oh, der hat aber ganz schön viel Kraft. Der hat aber sau viel Kraft. 4.235. Ich glaub, den sollte ich mal hochleveln, oder? Dark World Theme. Ich mein's mal im Ernst. Ich glaub, den level ich mal hoch. Okay. Musste jetzt mal sein. Das war jetzt krass. Portitudo. Aus der Bayonetta-Reihe. Wow, der ist ja auch krass. Dann leveln wir den nochmal. Riesenglurack. Ja, genau. Na, komm her. Und tschüss. Ach, ich liebe Bayonetta. Also, ne? So, das Spiel. Nur zwei Lernjuwelen. Was soll denn das? Vollbeschiss, Mann. Junge. Helena. Aus Pandoras Tower. Die nehmen wir Shanté. Klar, dass Shanté jetzt sozusagen nicht mehr als Kämpferin kommen kann. Hätte auch gut reingepasst. Aber vielleicht kommt ja, äh... Wie heißt sie? Äh, Boots. Ähm. Und tschüss. Oh, diese Guilty Boots? Ne. Aber wie hieß sie denn? Die Piratin. Ich denke, ich komme jetzt drauf. Hm. Party. Oh, oh. Sturm. Sturmschutz. Der Gegner startet mit einer Erzkeule. Ernsthaft? Nein. 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 Okay. Na komm. Na ha. Jawohl. Voll erwischt. Und komm hoch. Nein. Und weg. Ne, Ridley, du kriegst mich nicht. Gibt's doch nicht. Dass der immer noch lebt. Und weg. Boah, danke. Der wollte nämlich den Smash einsetzen. Ich hatte 87,9%. Das wäre echt böse. Böse gewesen. Aber gut, ich hab's überlebt. Das ist wichtig. Da ist er. Der finale Boss. Ganondorf. Selbstheilung. Wo ist Selbstheilung? Autoheilung. Da ist es doch. Na komm. Oh, oh. Oh, doch noch rausgeflogen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ging schnell. Das ging schnell. Sagt der, äh, Linke. Und damit ist das Triforce komplett. Oh, oh. Oh, oh. Die Illusion wurde gelüftet. Das Dämonenkönigsschloss erscheint. Okay. Das ist ein Weg hier immer. Den man laufen muss. Oh mein Gott. Wer ist das denn? 12.000. 12.706. Ja, komm. Nehmen wir den. Oh, oh. Und so welche Spitzen und alles. Ich weiß es gerade nicht. Oh. Oh, oh. 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 Wo ist er denn? Kommst du zurück? So. Komm. Komm. On, komm. Ja, komm. Komm hoch. Komm. Und einen Schlag nochmal. Yes. Besiegt. Yes. Besiegt. Schön. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Yes. Wir haben wieder normale Musik hier. So, dann gehen wir mal zurück. Nachdem wir ja so gesehen jetzt hier alles gefunden haben, oder? Geh nochmal rein. Ich guck nochmal. Nein, halt. Wir haben doch nicht alles gefunden. Hier ist doch noch irgendwo ein Kämpfer da. Wie komme ich da hin? Irgendwie muss ich da reinkommen. Das ist er hier. Der gibt mir die Antwort. Den Weg zum Mut, weiß der ein Mädchen, welches ihrer Freunde hart. Aber verdammt, wo war denn das? Kommen wir nicht rüber? Komme ich auch nicht lang. Hier komme ich nur dahin, ne? Hm. Nein, 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 nein. Hier kann ich nichts machen. Ne. Gibt's doch nicht. Warum finde ich denn hier nichts? Ist auch nichts. War doch irgendwo genau dieser Weg, den er meint. Hier ist dieser eine Weg, ne? Genau, das hatten wir ja. Den hatte ich auch. Das gibt's nicht. Ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich da hinkomme. Müsste ich jetzt raten. Und hier aus gelangst du anscheinend zurück zum Eingang. Okay. Hier ist nichts weiter. Ah, hier darf ich mir die ganze Karte angucken, ne? Würde ich sagen. Gomorra machen wir noch. Wir passen das ganz kurz an. Haben wir auch einen Dreier mit wenig? Ja, gut. Rex. Aus Xenoblade Chronicles 2. Gomorra. Wir kämpfen gegen meinen Darling. Au. Sei lieb, Bayonetta. Oh. So, würde ich mal sagen, das ging schnell für sie, ne? Gucken wir, was uns da jetzt auf dieser Karte erwartet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trood Rhein. Tschö, tschö. Da. Da. Untertitelung. BR 2018